Schlag auf Schlag! Der Wiesn-Albanag mit Florian Fortner. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Wiesn, diesmal mit dem Rappenglück. Herr Rappenglück ist es ja so, ich duze jetzt erst einmal. Das macht die ganze Sache einfacher. Ich nenne Ihnen ein paar Begriffe. Dir. Und Sie sagen mir, du sagst mir. Das allererste was dir dazu erfüllt. Machen wir das so. Also ich wechsle die Perspektive. 17 Maus Bier. Oh, das vertraut keiner. Du auch nicht? Nein, gewiss nicht. Rekord? 5, 6 Maus. Stehvermögen? Beachtlich. Dekolleté? Für Frauen sehr von Vorteil. Männer? Langweilig. Volksfest? Bierzeit. Oktoberfest. Festwach. Heimatwach. Was kommt. Freiwilletschen? Ja. Gibt es mehr als nur. Watschengesicht? Ja. Mehr als nur haben sie wohl schon laufen genommen. Warum? Ja, weil sie die anscheinend schneller vermehren als wir es sehen sollen. Wie soll es denn sein? Ja, nette Leute, mögliche Leute. Ein paar die, die es genießen können. Und nicht so nassauern und freiwillig stehen. Schönheit? Die, die wir auf dem Betrachter haben. Aber Schönheiten laufen natürlich auf dem Oktoberfest sehr viel rum. Weil ein Dirndl-Gewand so kleidsam ist, wo ja jeder Trampeterin gut ausschaut. Wahrheit? Wahrheit ist schön, wenn man es einmal findet. Kotzhügel? Kenn ich nicht. Interessiert mich nicht. Was ich hab, gebe ich mir her. Was ich hab, gebe ich mir? Was ich scht? Was ich hab, gebe ich mir? Oder dass es sich daraufатов, sagen Sie auch nach policymakersaltraffen.